hallo herzlich willkommen auf unserem kanal heute nehme ich euch mit auf meinen alltag als lkw fahrer vielen dank fürs einschalten und viel spaß beim schauen ja das ist mein fahrzeug heute müssen wir auf jeden fall ja ich muss hier mal unsere ware abladen und deshalb bewege ich mich erstmal muss ich einen platz für die stützbeine fertig machen natürlich auf der anderen seite alle sicherheitsvorgräuungen getroffen und der rudy muss auch natürlich kommen mit seiner fernbedienung natürlich klar unseren kran bedienen wir mit unserem mit unserer fernbedienung das macht der rudy hallo rudy wie geht es dir mir geht es gut lass uns die arbeit erledigen so lass uns die ladung aufheben ok okay 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 ja heute machen wir mal eine kontrolle auf der baustelle ob alle arbeitspapiere und vorschriften eingehalten werden ja was machen wir denn ja dann fahren wir doch mal zur baustelle ja hallo ja wir wollen heute euch kontrollieren ob alle dokumente und arbeitspapiere da sind und ob eure lizenzen auch gültig sind das ist nämlich gang und gäbe wir sollten immer kontrollieren ob schwarzarbeit oder illegals arbeiten hier stattfindet denn wir haben gesetze und an gesetze muss sich jeder erhalten ja natürlich ich habe meine meine sachen immer dabei und ich auch meine dokumente hier meine papiere ok kontrollieren wir sie zentrale hier haben wir zwei mitarbeiter von der firma pom können sie uns die daten überprüfen können sie uns die daten überprüfen natürlich kann ich das überprüfen dauert zwei minuten ok wir müssen warten bis alle papiere überprüft sind hier zentrale die papiere sind ganz in ordnung und die mitarbeiter dürfen arbeiten wir haben alle erforderlichen papiere ok vielen dank zentrale ja liebe kinder denn schwarzarbeit lohnt sich nicht immer mit papieren arbeiten und mit erlaubnissen bis zum nächsten abenteuer bei meadow lego 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 lego